over the water heißt unsere neue map oder nicht unsere die die wir spielen und zwar portal 2 koop mit mir lorox lp ja dann legen wir los würde ich sagen es sieht jetzt alleine schon mal ziemlich schwer aus so man sieht nicht war überrascht wie schnell das ging selbst für professionelle spieler ecu hier geht vorbei aber irgendwie kann man sich auch nur umbringen hier geht's hoch ne ja kannst du ja schießt mal so hier hin ach so da geht's hoch das sind oh ja guck mal hier irgendwelche random knöpfe drücken und schon haben wir was gefunden ja das ist ja grandios jetzt hier passiert bei dir irgendwas da eine fläschchen du mal upsala tu mal deinen wirbel da weg obwohl bringt das irgendwas eigentlich könnte ich jetzt hier oben hin tun ah moment warte was bringt der knopf hier eigentlich warte geh mal durch mein rotes portal alles klar huch moment geh jetzt dadurch ist da irgendwas nutzvolles das geht auch besser job thanks uh darum geht es auch noch weiter uh ja also moment kannst du das gelbe gleich nochmal genau da hinstellen aber erstmal irgendwie weg machen oder so na ist egal warte das krieg ich krieg ich schon hin einfach voll die spierigkeiten oh oder uns ist einfach gar nichts oder wie ja ok dann würde ich sagen geh wieder zurück wahrscheinlich hier irgendwie da so weißt du sollst du vielleicht mit dem komischen peter ding da lang ja vielleicht ja aus der reine möglichkeit ja aber wie kann ich dann das hier irgendwie ach ich ach gott ach ja natürlich vollkommen logisch ähm what the fuck hm was du mal wieder den würfel da weg warte bitte kann ich gar nicht schweben na gut ja gleich hast du es gut so wenn es dann mal funktioniert dann muss es wieder kaputt gemacht werden so also deaktiviert mal das ding da durch das ja ok ähm warte dann steh du bleib du mal bitte hier stehen und bleib auch da stehen nicht mal kurz runter oder so ähm genau jetzt kann ich hier nämlich hoch ähm und jetzt wird es kompliziert denn jetzt musst du mir folgen ach gott das geht gar nicht ich könnte jetzt nur den würfel darunter nehmen und den jetzt als mich benutzen ja die sache ist du müsstest jetzt irgendwie hier bei mir da rein wie willst du das machen ich ja du gehst doch eigentlich warte kurz ja und jetzt kannst du nicht mehr rein zu mir obwohl na ach so der geht falsch rum ja jetzt musst du irgendwie ach du kannst ja nicht durch ja nee gitter dann müsstest du jetzt irgendwie zu mir nochmal hoch und wie ähm ich komme jetzt gleich äh oh jetzt geh mal da runter ist schon viel besser hi ja ähm jetzt muss ich irgendwie ja ich glaube du musst dich umbringen ja ich möchte auch okay also du kannst das so rum rein das wird dir aber nix bringen das heißt du musst jetzt eigentlich auf meine Plattform das heißt du musst den oh gott wie soll das gehen ähm ja jetzt könntest du auf jeden Fall schon mal hier nicht hoch das ist aber blöd doch du kannst mir doch Portale schießen dann wäre ich da oben ja nee das würde auch nicht viel ändern ich komme nochmal runter mehr als das hier haben wir aber auch nicht ne warte doch doch ich weiß wie wir das hinkriegen hinkrieges Ding warte wir machen das einfach so ah okay genau und jetzt mache ich hier wieder mein gelbes das ist schon richtig so nee der Würfel muss hier rein ja aber ich kann ja jetzt hier durchgehen wir brauchen das ja eigentlich nicht stimmt genau 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 woraus war das nochmal aber das war doch spanisch genau so und jetzt gehst du nämlich da rein ich wünsche dir viel Spaß vielen Dank wow und jetzt musst du nach da hinten rein Jackknopf funktioniert nicht dort der funktioniert und los echt los renn renn nach da hinten nach da hinten los achso heil dich heil dich du schaffst das nicht das wird aber knapp ich glaube du musst dann da hinlaufen oder ich muss dann da hinlaufen meinst du okay aber nee das wird viel zu knapp hallo weißt wie lange du brauchst bis du erstmal rüber geschwebt bist hallo guck mal wir gucken einfach mal wie lange das dauert klick mal drauf klick so haben wir ich jetzt da drin nee das passt nicht doch du schaffst das oh oh doch ähm warte oh das müssen wir timen ach nö ist ja doof ne aber timen finde ich doof geh du nochmal setz du mal hier dein irgendein Portal von dir hin und dann musst du das gleich dahin schießen während du den Schalter gedrückt hast damit ich da unten reinjumpe und mich dann teleport äh dingse weißt du okay das heißt du springst in mein hellblaues und ich mach das die lande da dran das heißt sobald da kann ich das dann gegen schießen genau da ja perfekt so das heißt sobald du sagst go dann werd ich da rein springen 3 2 1 drück drauf schieß dein Portal go oh nicht schlecht das war das war ja also das war gut komischerweise schon so und jetzt musst du jetzt musst du dir da dein Portal hinschießen genau 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 hallo so war das wahrscheinlich sogar von dir geplant oder oh man nein eigentlich nicht ich hätte einfach da mein dingseinschießen können wenn du mal bei mir guckst jetzt müssen wir das neu machen jetzt echt ich glaub schon oh du musst einen Schritt zurück aber wir müssen nicht mehr so viel neu machen weil das ist jetzt automatisch da das ist jetzt immer da die Schaltfläche ähm soll ich jetzt mal hier rausgehen oder du kommst nicht mehr da hoch ich glaub nicht oder kannst du nicht irgendwie mit dem Peter da selbst hochschießen obwohl doch warte doch vielleicht nee ich brauch deine Portale warte eins ist noch da kannst du dein rotes irgendwie nach unten schießen ich kann mein rotes nur auf die eine Schaltfläche da machen ich geh einfach mal rein und guck was passiert so hier haben wir Treppen okay huch hallo hi oh Gott ich kann mich hier noch nicht mal mehr umbringen ja das ist blöd ah ähm nee also ich glaub nicht dass da noch was also irgendwie haben wir jetzt hier ne Zwickmühle ne ist aber ohne Spaß also ich kann hier nicht sterben oder geht das wenn ich mich hier runter stelle dann jetzt komm nicht blöd haben wir es geschafft haben wir das Game mal wieder gecrashed wirklich ist das jetzt irgendwie vielleicht kannst du dich mit dem Aufzug umbringen hier gibt's ja keinen Aufzug doch da oben war doch einer ja aber da komm ich nicht hin ja das ist dein Problem da ist der Aufzug auch ziemlich sinnvoll platziert ey das ist voll die Verarsche ich hab keinen Bock die Map neu zu starten was sollen wir sonst machen ich muss mich doch hier irgendwie umbringen können Fehler im System also ich will jetzt nur nochmal eben anmerken dass das deine Idee war dass ich jetzt da reinspringe ja ich hab halt vergessen dass ich meinen Wirbel da noch habe und ich hab gedacht das passt weil wir es auf der anderen Seite auch so gemacht haben ähm hallo ich kann das grad irgendwie nicht glauben ja du musst dich jetzt mal entscheiden falls warum auch immer der Erfinder dieser Map zugucken sollte ne weiß Bescheid äh ja du kannst es glaube ich neu starten ne ich kann es auch neu starten ja also ich mag die Map aber das ist ein bisschen ärgerlich aber was willst du machen aber wir wissen jetzt wie es geht und machen das jetzt viel schneller jetzt machen wir hier wie nennt man das Speedrun ganz genau hast du dein Bild geändert nein das ist das Bild vom Map-Erschaffer achso warum ist der Lorox daneben bei mir steht da von Harubuto bei mir steht da neben Lorox oder meinst du am Loading-Screen jo weil da hab ich mein Bild nicht geändert hä naja machen wir weiter hier sind wir noch gar nicht gewesen oder also der Wölfe war hier drauf ne da werden wir am Ende wieder hinkommen meinste weil wir ähm keine Ahnung so hier wird wahrscheinlich das wird zu ner Schallfläche du machst jetzt hier wieder dein Dings du machst da jetzt wieder dein Portal hin ich mach wieder mein gelbes da hin aber ein bisschen so gerade genau so wie haben wir das jetzt gemacht jetzt haben wir den Würfel hier drauf gelegt ne genau jetzt bist du rüber gegangen und ich bin auch rüber gegangen dann hab ich hier den hier hingeschossen mhm ja jetzt wird wieder so gut dass keiner merkt dass ich eis dass du gerade am eschen bist ja merkt doch keiner jetzt hast du dann unten deinen Hellblaus hingeschossen so so und wir haben das jetzt hab ich hier gedrückt genau dann da haben wir die Landes hingeschossen genau go äh ja das hättest du vielleicht vorher ankündigen sollen okay ich drücke den Knopf und eins go 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 ach fuck jetzt glaub ich wieder zensieren hast du ja toll angestellt du bist so ein Spassi ey man ich hatte da keinen Bock drauf du hast das gemacht und ich muss das jetzt auch zensieren ja ja du bist ja wirklich ich stell dich in der Schule einfach so oft so das ist doch scheiße das war eine super Idee benenn dich um so du gehst jetzt da oben und drück immer die Schalter für dich what the fuck hast du gesehen wie hoch ich gerade gesprungen sind wenn oh man mich regt das gerade voll auf mit den Zensieren ich hab da einfach keinen Bock drauf ja ich auch nicht vor allem hab ich das mit dem Programm noch nie gemacht und ich weiß dass das ein Problem wird was bringt uns das jetzt hier gerade vielleicht hättest du vorher Portale schießen sollen jo ja dann nochmal bitte ja und jetzt ja keine Ahnung ja das hat ja echt viel gebracht achso ich kann ja ne kann ich nicht vielleicht hält mir auch äh also man kann sich hier bestimmt irgendwie hoch springen lassen aber guck mal ich kann schon mal bis oh ich kann oh das war aber knapp ja das war äh ja ja ah vielleicht solltest du komm nochmal runter und schieß dein Portal hier und ähm da hin warum auch noch und jetzt geht's nochmal nach oben na ist schon lustig wie du das spammst so jetzt mach ich hier nochmal kann das muss doch zu schaffen sein ah verdammt das wo ist dein Portal hier wieso ist das weg ja keine Ahnung vor allem eins ist da geblieben ja genau so habe ich das denn nämlich auch vor aber irgendwie ähm ey ist der von der Asche wieder weg was soll der Scheiß ich komme verarscht komm das muss jetzt schaffbar sein oh boah ja ähm ja nu trau dich so komme ich hoch genug nö noch nicht nein jetzt gleich aber was ist denn ja gute Frage hä hey wo muss ich denn oder habe ich hier gerade irgendwas ich sehe da doch oh das geht nicht also das funktioniert so nicht oder habe ich das richtig gesehen ich glaube nicht äh wie soll das denn sonst musst du mir die schießen und dann kommen wir auch nicht weiter und dann wieso wieso ah du musst hier hin wahrscheinlich ja natürlich muss ich da hin ich bin auch voll viel ja schon äh ja und dann wieso 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 vielleicht kriege ich es dann irgendwie in den Aufzug so so kaputt zu machen dass er einfach nach unten fährt und du dabei stirbst ähm wir könnten springen was ist denn da oben guck mal da hin ja da ist so eine Fläche ah das ist ja schön ja schon ah schade hä du musst von da oben du musst irgendwie auf den Aufzug oben drauf dann musst du da runter springen damit du da auf die Fläche dann springen kannst irgendwie guck wenn du dann da oben bist musst du da reinspringen dann hier rausfliegen und dann miau miau aber dafür müssen wir beide nach da oben was aber irgendwie nicht möglich ist es sei denn dum 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 warte wenn ich jetzt dir hier das tue ich eigentlich die ganze Zeit wenn ich jetzt hier so die Portale entschießen würde du jetzt da in das Gelbe reinspringst ne ne dann könntest du während du beim Roten rausfliegst den Knopf drücken in der Zeit gehe ich hoch dann fliegst du wieder zurück auf deine Plattform alter verstehst du ja schon aber what the fuck so jetzt musst du hier irgendwie dreh dich um genau jetzt kann ich hier nämlich hoch und jetzt musst du noch wieder hier auf deine drück nochmal nein ich bin irgendwie in der Treppe drin what wirklich ja ich kann mich hier grad gar nicht bewegen oh ich kann mich nicht bewegen jetzt ernst so ich geh nochmal hier runter du hast jetzt meine Portale auch weg super wir sind viel weiter ja okay das sollst du nochmal machen hey ich bin in meiner boah ich decke meine in den Teilen da fest aber auf jeden Fall funktioniert das schon mal ja so das heißt ich hab dir die jetzt wohin geschossen da und aber meinst du wirklich dass das so gedacht ist ganz sicher nicht aber es funktioniert ich will wissen wie das sonst gedacht ist nö ich nicht ich will nur das so ja und nochmal aber das ist irgendwie keine Ahnung irgendwie hat das Style ja extrem ich muss nur auf die hochkommen du bist oben ja ich stehe hinter dir wie ist das so lustig wie ich immer so kurz aufgetaucht ich muss jetzt sehen ja soll ich es versuchen oder nicht ey du musst jetzt irgendwie einfach nur hier drauf oder klappt das nicht von der Höhe her lol wer ist der Pro so ein jetzt war also noch nichts machen hier ist auch nicht viel mehr Moment ähm ja Arschlecken nee wieso wird das jetzt wir müssen da oben hin aber ich muss jetzt irgendwie ein Portal nach da hinten schießen warte lass mich mal oben drauf vielleicht kann ich davon hier irgendwie hab ich das Gefühl dass das hier ein riesiger Troll ist kann ich so warte ich glaub ich krieg das hin geil alter aber ich glaub das ist falsch oder ich glaub nicht dass du so weit kommst oder jetzt bist du von hier oben mhm grüß dich ja grüße zurück ja wo bin ich denn ja hallo jetzt springst du von da oben rein Moment und guckst was du machen kannst ja super Idee eigentlich schon ja aber hauptsache Flame wo bin ich da bin ich los ey jetzt bin ich gespannt oh ja oh ja dumm 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 wird er treffen wird er treffen er trifft sogar auch noch uns komm schon das muss jetzt reichen warte ich bewege mich irgendwie in der luft oder warte das ist jetzt sensationell ja drauf ja gleich oh gott ich war nur gesteigt würde er sind willkommen welche richtung fuck ja das ist es du hast mich viel zu sehr gestresst ich wollte einfach nur noch rohlos springen ja super oh mein gott hi hi ja jetzt musst du mir wieder die Portale da schießen sodass ich dir dann die Knöpfe da drücken kann und so oh nein nein das möchte ich nicht wo haben wir den Teil das Teil den Teil was da los bist du oben jo hi ja ich grüße zurück hörst du die Geräusche machst wo muss ich hier hin auf den Aufzug du kannst komplett auf den Aufzug landen du kannst nicht auf dem anderen Teil landen denke ich weil vollidiot Junge was machst du da ich war überrascht wie schnell das geht du bist fast da noch ein Stück mach meinen Aufzug hoch auch wenn ich nicht weiß was es bringt nein du kannst auf dem Aufzug landen auf dem anderen Teil denke ich nicht weil es etwas höher ist oh ja da war jetzt sag mal du konntest das irgendwie besser als ich ja das war auch das war auch nicht einfach ich war überrascht wie schwer das war ach so du hast es gedrückt ich habe mich gerade voll gewundert so und jetzt musst du nur noch auf den Aufzug alles klar warum habe ich jetzt diesen scheiß Knopf gedrückt das sieht zu kack aus wie du immer hochkommst hey hey ja und jetzt das ganze nochmal oder wie ich muss jetzt erstmal wieder nach oben kommst du nicht vorbei das ist schon gut so was geht jetzt ab ach ja ich muss jetzt die Portale neu schießen so jetzt gehst du wieder nach oben ich bin gar kein Aufzug da nein weg da weg da jetzt zu sterben wäre hallo nein hallo hallo auf den Aufzug auf den Aufzug ja das war so schön ach Gott ach so du hast die schon geschossen ganz genau du bist ja ein Held oh Gott ja geh drauf nein 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 das ist unmöglich oder ich glaube auch nicht dass das was wird so weh die Map beenden wir sind bei 20 Minuten ich glaube schon weil ich will das eigentlich zwar schaffen ich will das zwar eigentlich schaffen naja das ist mir jetzt echt irgendwie aber ich glaube nicht dass man es schaffen kann also wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei Portal tschüss tschüss warum mussten wir das jetzt so beenden du bist ja und du bist so